Ja, hallo. Ich begrüsse dich ganz herzlich zu einem weiteren spannenden Interviewgespräch im Rahmen von Quelle TV. Ich habe heute wieder einen spannenden Gesprächsgast bei mir. Es ist der Jérôme Ré. Wir sprechen über Schamanismus, über Schwimmen mit Delfinen, über was bedeutet für ihn Heilung, was bedeutet es für ihn Verbundensein, wo ist sein Lieblingskraftort in der Schweiz und was kann man von ihm lernen. Freue dich auf ein spannendes Gespräch. Schön, wenn du dabei bleibst. Ja, ich begrüsse euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge von Quelle TV. Ich habe wieder einen sehr interessanten, spannenden Gesprächsgast hier bei mir. Das ist das, was ich am liebsten habe oder immer auch so erlebe. Spannende Menschen, die etwas über sich zu erzählen haben, etwas über ihre Arbeit. Und darauf freue ich mich. Heute habe ich Jérôme Ré hier und begrüsse dich ganz herzlich zu diesem Gespräch. Schön, bist du da. Und ich habe dich gebeten, dich doch selber zuerst vorzustellen, anstatt dass ich das mache. Finde ich es am schönsten, wenn du über dich erzählst. Ja, also zuerst mal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Und vielleicht ist es auch gerade der schwierigste Teil eigentlich über sich zu sprechen. Also meine Arbeit sieht so aus, dass ich Schamane bin und schamanische Initiationen begleite. Aber ich bin auch Traumatherapeut und Hypnose-Therapeut, Naturelltherapeut, also viele Etiketten. Und letztendlich geht alles ums menschlich sein. Um Mensch. Was macht es aus? Und natürlich bin ich tief davon überzeugt, dass wir mehr Potenziale haben und eigentlich in Frieden und Liebe miteinander leben könnten. Und das zieht sich durch mein Privatleben natürlich oder auch durch mein Wachstum. Wie kann ich mehr in Liebe sein mit mir und in Frieden? Und auch begleite ich natürlich Menschen darin. Wie können sie mehr in Frieden mit sich sein? Ja. Ja. Du hast eine eigene Praxis in, ja, kannst du es noch schnell sagen, in Nidau? Ja, genau. Also ich habe eine Praxis in Nidau. Das ist auch mein tägliches Brot. Also ich begleite Menschen in traumatherapeutischer Arbeit und brauche dazu all die Tools, Werkzeuge, die ich in den letzten 20 Jahren gelernt habe. Und da sieht auch jede Sitzung ein bisschen anders aus. Letztendlich geht es wirklich, ja, klassisch halt gesehen, wie man so sagt, den Weg zurück zu uns zu finden. Und ich gebe da auch Workshops, Seminare und auch Ausbildungen, Weiterbildungen in Themen wie Schamanismus, aber auch Hypnose und Traumatherapeutische Begleitung. Ja, schön. In der Quelle hier in Bern kennen wir dich vor allem mit deinen Heilabenden, Schamanische Heilabende. Wie ist es dazu gekommen, dass du hier bei uns diese Abende durchführst? Ja, tatsächlich ist mir vorher gerade in den Sinn gekommen, also mein allererster Abend, Schamanischer Abend, habe ich in der Quelle gegeben. Im 2011. Ich weiss nicht mehr genau wann, aber im Jahre 2011. Und es ist so dazu gekommen, dass ich den Patrick schon früher kannte. Ich habe mit ihm nämlich auch schon Fussball gespielt. Das heisst, ja, und uns hat natürlich das verbunden, zu einerseits Fussball, aber auch Spiritualität. Und ich war damals, wohnte ich in Bern und für mich war die Quelle natürlich eine bekannte andere. Also ich habe selber Seminare hier besucht, unter anderem lange Jahre auch bei Michael Rhodes und verschiedenen anderen Menschen. Also ja, genau. Dann war es für mich naheliegend, auch hier meine Fussstapfen zu setzen und selber meine Talente und Qualitäten zu verbreiten. Ich komme jetzt gerade zuerst, du hast das mit dem Trauma erwähnt, Traumatherapie. Ich komme jetzt aber trotzdem zuerst auf den Schamanen, weil das ist, was du in der Quelle anbietest. Und ich habe so ein Bild von einem Schamane, dann fällt mir die Trommel ein, Krafttiere. Und dann steigen sofort aber auch ziemlich schnell Bilder von einem Tipi auf und Indianerfedern. Und dann bin ich irgendwo in Nordamerika gelandet und Mokassin und Büffelherden und dann aber auch die Natur und weiß auch so die Reise nach innen. Und dann kommt noch ein Teil, wo ich denke, ja, aber irgendwie habe ich gehört, der Schamane, der öffnet auch Türen und oh, da musst du dann vorsichtig sein. Und das sind so diese Bilder und Dinge, die mir durch den Kopf gehen. Und jetzt kannst du mir erzählen, was davon jetzt so stimmt. Ja, der Punkt ist bei allem, dass natürlich solche Wörter und Energien ganz viel transportieren. Das ist das Schöne und die Gefahr daran, dass wir uns daran auch limitieren. Für mich ist Schamanismus unsere ureigene Fähigkeit, innerlich uns zu regulieren, also die Fähigkeit zu haben, unser Inneres zu harmonisieren und auch da draussen Harmonie herzustellen und mit dem Bewusstsein, dass wir eins mit der Natur sind. Dass wir also uns die Kräfte anrufen können, um Lösungen zu finden für unser Inneres und Äußeres Leiden oder um Visionen zu empfangen. Und natürlich gibt es dann kulturell ganz große Unterschiede, ob man jetzt in Nordamerika. Wobei, wenn man dort genau schaut, gibt es dort eigentlich die Medizinmänner und Schamanismus. Dieser Begriff ist eher seit Kürzerem so global in aller Munde. Eigentlich wäre dieser Begriff nur für das Tungusische Volk. Soweit ich weiss, kommt dieser Begriff von dort, also von dem heutigen Sibirien, Mongolei. Und ja, und das ist halt genau vom Begriff herab. Für mich ist es einfach das, was jeder in sich potenziell hat, als Heilerfähigkeit. Nicht jeder wird die gleiche Qualität und die gleiche Richtung geben. Also es ist gar nicht so, wie soll ich sagen, so weit weg, wie es scheint von unserer Kultur, weil wir in unserer Urkultur hatten wir auch Schamanen, die Druiden genannt wurden und noch anders. Also es geht eigentlich im Wesentlichen darum, uns zurückzuerinnern an diese Kräfte und an dem, dass wir eben eins sind mit allem. Das finde ich jetzt spannend, das wollte ich dich fragen. Wie ist es denn in der Schweiz? Gab es denn da auch Schamanen? Also ich bin jetzt wirklich kein Spezialist auf dem Gebiet. Ich habe das nicht erforscht. Aber natürlich gab es Leute und gibt es noch, man weiss heute im Jura zum Beispiel, gibt es noch die Rebooteurs, glaube ich, so sagt man denen. Das sind wie, auf Deutsch würde man wie Magnetiseure sagen, die noch tätig sind. Oder die Feuzeurs des Secrets, das heisst, die helfen dann bei Brandwunden oder solchen Unfällen. Und natürlich gab es das. Aber es ist effektiv so, bei uns ist das länger her, deshalb ist ganz viel Wissen verschüttet, leider auch erfolgreich zunichte gemacht worden. Ja. Was erwartet jemanden an einem solchen schamanischen Heilabend bei dir? Es geht eigentlich immer ums Gleiche letztendlich, dass wir einfach das Leben wieder spüren, dass wir zu uns kommen. Und wenn wir wirklich bei uns sind, dann gibt es immer Lösungen für unsere anscheinenden Probleme. Und das ganze Nervensystem kann sich beruhigen und wir fühlen uns einfach am richtigen Platz zur richtigen Zeit. Und wie schnell wir dorthin kommen, kommt halt immer darauf an, wie viele Abwehrsysteme wir im Laufe der Zeit gelernt haben, die uns von uns weggebracht haben. Aber die Idee ist immer das. Und meistens passiert das halt mit Trommel, Gesang, inneren Reisen, aber auch konkreten Übungen, wo Menschen sich mit anderen Menschen verbinden. Also ja, es gibt so verschiedene Wege, die ich auch je nach Abend ein bisschen unterschiedlich wähle, um idealerweise die Menschen eben wirklich in ihr Herz zurückzubringen. Zu sich selbst. Du machst auch schamanische Rituale in der Natur. Jetzt, wenn du bei uns bist, dann ist es ja in den geschlossenen Räumen. Wie kann man sich in geschlossenen Räumen in einer Stadt mit der Natur verbinden? Ja, weil wir die Natur sind. Das ist absolut. Ja, also natürlich hilft die Umgebung. Ich mache ja auch Delfin und Walreisen, unter anderem auf Mauritius und dort ist auch eine Energie und wo wir auch in der Natur sind, Rituale machen. Natürlich hilft diese Energie, uns zurückzuerinnern oder uns zu verbinden. Es scheint wie einfacher zu sein. Aber es ist auch so, dass wir manchmal auch ganz abgelenkt sind in der Natur draussen und Menschen noch mehr weg von sich kommen, wenn sie überall Geräusche hören, einen Vogel hören. Also es gibt wirklich gewisse Dinge, die mache ich lieber in den Räumen. Ja. Weil wir so ablenkbar sind und es geht nicht darum, ob wir jetzt den Vogel hören oder nicht, sondern was in uns wirklich geschieht. Ja. Genau. Aber potenziell können wir uns überall glücklicherweise mit der Natur verbinden. Ja, schön. Das hat auch ein Element von Meditation dann dabei an so einem Heilabend. Oder wie sagt man dem? Ja, kann sein. Wobei Meditation ist ja eigentlich wirklich sich desidentifizieren und eigentlich nichts machen und hier sitzen und alles vorbeirauschen lassen. Das mache ich nicht unbedingt so am Abend. Aber wenn du damit meinst, dass es darum geht, unser Urselbst zu spüren, dann geht es um das Gleiche. Ja. Es geht eigentlich überall um das Gleiche. Ja. Und du trommelst dazu, oder? Ja, bei den meisten inneren Reisen trommel ich dazu. Und die Trommel ist etwas ganz Urtümliches und das ist wie in uns abgespeichert, dass das etwas mit uns macht. Die meisten Menschen erdert es. Also anstelle mit hohen Frequenzen. Schamanen, im Schamanismus wissen wir, dass Frequenzen, Musik hat verschiedene Frequenzen und diese Frequenzen haben verschiedene Wirkungen. Man kann mit hohen Frequenzen eher die Reise nach oben. Und wichtig ist, beim Schamanen, der will sich einfach zuerst immer erden. Es geht ganz viel um die Arbeit, um die Erdung und hier zu sein. Und klar, wir holen Informationen aus anderen Dimensionen, aber wir wollen diese hierhin bringen. Das ist so das Wichtige. Also eigentlich im Frieden kommen mit der Erde, das ist unser Körper, dass wir wirklich da sind, oder? Das, ja. Und die Trommel ist auch Symbol vom ewigen Leben. Also jeder Schlag bedeutet, es ist eine Verbindung, das Leben geht ewig weiter, stetig weiter. In unserem physischen Körper ist das das Herz, aber wir wissen, unser physischer Körper, der ist nicht ewig, also der ist endlich, aber auf einer tieferen Ebene ist das Leben unendlich. Und das symbolisiert diese Trommel. Und dieser eintönige Schlag sind ja nicht verschiedene Rhythmen wie in der Musik, sondern das ist einfach ein monotoner Schlag. Und das hilft uns, in Trance zu kommen, ein bisschen unseren Kopf, wir sind ja so mental identifiziert. Das hilft, das ein bisschen auszuschalten und ein bisschen mehr zu spüren. Ja, das ist das Ziel der Trommel. Es ist immer die Verbindung. Das Ziel ist eigentlich immer, mit uns mehr in Verbindung zu kommen. Und es ist wirklich ganz erstaunlich schön, wie einfach es sein kann. Aber die Trommel ist einfach ein Verstärker von der Absicht vom Schamanen eigentlich auch. Und da kommt es halt, du kannst nicht nur sagen, die Trommel macht einfach das. Es kommt natürlich schon davon, wer trommelt und wie er oder sie trommelt. Und ich meine jetzt nicht den Rhythmus, sondern die innere Haltung dazu. Ja. Das Interessante ist, wenn ich dir zuhöre und du erzählst, dann habe ich das Gefühl, also ich höre ja keine Trommel jetzt, aber es macht etwas. Das finde ich jetzt spannend. Ich finde irgendwie, es ist ein anderes Gefühl oder ein anderes bei mir sein, geerdet sein. Schon nur mit dem Hören und sich das Vorstellen passiert etwas. Das freut mich sehr. Spannend. Noch etwas weiteres, was wichtig ist, sind die Krafttiere. Ist das so? Ja, das sind einfach Helfer. Das hilft uns, gewisse Persönlichkeitsanteile zu integrieren und wieder in unsere Kraft zu kommen. Genau. Also ich arbeite gerne mit den Helfern und den Krafttieren. Das ist wirklich eine gute Möglichkeit, wie gesagt, Schutz zu haben und auch Kraft, Energie, wo man im Verlauf des Lebens, meister Kindheit, vordere Leben verloren hat, wieder zu integrieren. Ja. Jeder hat sein persönliches Krafttier, ist das richtig? Oder kann man das herausfinden? Ja, wir haben ganz viele Tiere. Aber es gibt auch da, wie bei allen, verschiedene Philosophien. Es gibt Leute, die sagen, man hat einfach ein Hauptkrafttier und sonst keine Tiere, andere ein Hauptkrafttier und dann mehrere Tiere. Ich bin eher bei der Schule ein Hauptkrafttier, was uns meistens ganz lange oder das ganze Leben begleitet. Aber dann gibt es themenspezifisch, lebensabschnitt, herausforderungsspezifisch Krafttiere. Also das ist so, ich stelle dir vor, es gibt so viele Tiere, also potenziell sich auf eine Energie zu limitieren, wäre ein bisschen Pfade auf eine gewisse Art. Man kann sich natürlich auch verlieren, deshalb begleite ich das auch, damit man das ein bisschen einordnen kann für sich. Ja. Und ist es so, dass man in einer Sitzung bei dir oder einem Heilabend seinem eigenen Krafttier näher kommt oder es herausfindet? Welches ist das? Ja, es kann sein. Also ich verspreche jetzt nicht, dass ich bei jedem Abend eine Krafttierreise mache, aber es kann sein, dass es Part vom Abend ist. Ja. Und ich habe dann für mich so geschmunzelt, weil ich gemerkt habe, ich habe auch schon mal ein Buch gehabt über diese Krafttiere und dann dachte ich so, ja am liebsten bin ich natürlich ja, weisst du so, Wolf, Adler, Bär und dann kommt irgendwie der Hase oder der Igel. Und dann war ich fast ein wenig enttäuscht und habe das schon gewertet. Dann denke ich, ist es so, dass sich die meisten Menschen wohl irgendein Krafttier als der Adler oder Bär oder so etwas Machtvolles wünschen? Oder die Maus, ich weiss nicht, ist sie auch ein Krafttier? Ja, also ein Helfertier auf jeden Fall. Genau. Es ist halt wie bei allem so, letztendlich kommt immer darauf an, von wo aus wir diesen Wunsch haben. Ja. Meistens ist es ein bisschen beides. Wenn ein Wunsch da ist, ist gut möglich, dass diese Energie tatsächlich auch mit uns zu tun hat. Aber klar ist vom Ego her immer die Gefahr, dass wir natürlich das wollen und die Seele zeigt uns dann einen anderen Aspekt. Das ist ja auch immer wieder schön und fürs Ego natürlich, ja, wieder eine Möglichkeit daran zu arbeiten und ein bisschen loslassen. Ja, weil das dachte ich auch, das ist eine Ego-Geschichte, wenn ich da möglichst den königlichen, schwebenden Adler möchte als Krafttier und dann kommt der Igel. Aber es ist ja auch spannend, genau. Weil es entsteht dann die Frage, weshalb will ich das? Und das ist das Ego. Ja, ich denke, das ist halt immer wie, es ist schwierig für unseren Verstand, das zu verstehen. Wir sind unendliche Wesen und da sind wir riesig. Da kann das Ego, da hat sogar das Ego-Angst vor der Grösse, wo wir sind. Also da zittert das Ego und denkt, nein, 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 das kann gar nicht sein. Zugleich möchte das Ego verhindern, dass wir irgendwie Schwäche zeigen oder Aggression zeigen. Und dementsprechend fährt das einfach jedes Schutzsystem hoch, um das zu vermeiden. Dann kann es eben sein, dass man eben auch ein Krafttier wählt, das uns stark macht. Aber es würde eigentlich eher darum geben, dass wir mal zu unserer Schwäche stehen können. Aber auch da kann ja dieses Tier uns auch helfen, auf einen Aspekt mehr Sicherheit beizuhaben, damit wir dann Zugang haben zu Schwäche, Bedürftigkeit und Trauer zum Beispiel. Also, ja. Hat Berechtigung. Wie bist du auf das Thema oder den Weg Schamanismus gekommen? Ja, das ist eigentlich ganz spannend. Und klar gibt es keine Zufälle, aber es war wirklich nicht etwas, was ich im Kopf hatte und dachte, das will ich unbedingt oder schon früh. Und das dachte. Ich bin über Leiden und über Begeisterung dazu gekommen. Das Leiden war eigentlich in meiner Kindheit. Ich habe mich mit der Gesellschaft und den Menschen relativ schwierig getan. Und ich wollte auch ein bisschen, ich hatte, ich schwanke zwischen Angst und dem grossen Wunsch, den Menschen näher zu sein. Und ich verstand auch nie, dass so die Erwachsenen Sachen von sich gaben. Zum Beispiel sagten, sie fühlen sich gut. Und ich spürte, dass das nicht stimmt. Also für mich war diese Welt ganz komisch. Ich fühlte mich wie ein Ausserredischer auf Erden. Ich dachte, wo bin ich da hineingeboren? Und meine Zuflucht waren die Tiere und ein paar spezifische Menschen. Und ja, das hat sich eigentlich aber immer noch so weiter in die Jugend gezogen. Da habe ich dann mehr rebelliert. Aber ich konnte immer noch nicht viel mit der Gesellschaft und mit den Menschen anfangen. Und dann bin ich Anfang 20 mit Spiritualität in Berührung gekommen. Noch nicht mit Schamanismus. Habe dann eine Ausbildung als Naturheiltherapeut gemacht. Und irgendwie um die 24, 25 bin ich über einen anderen Kurs plötzlich vor einer Schamanin gelandet. Und sie hat eine Krafttiereise mit uns gemacht. Und da hat sich was in mir bewegt. Und von dort an hat es mich nicht mehr losgelassen. Da habe ich dann verschiedenste, da war ich im Dschungel und habe verschiedenste Initiationen mit Schamanismus gemacht. Aber am Anfang war es für mich ganz klar, ich werde mich nie Schamane nennen. Und ich mache das jetzt auch einfach für diese Kraft zu honorieren. Aber manchmal stört es mich auch, weil dieser Titel dann wieder in eine Richtung dringt. Also Menschen Bilder haben dazu. Es geht einfach um den ursprünglichen Kontakt. Und für mich ist halt der Weg über die Natur einer, der für mich einfach ganz stimmig ist und zu mir passt. Was war so dein eindrücklichstes Erlebnis auf diesem Weg? Also sicher hat es mit Initiationen in Peru zu tun. Dort hatte ich die eindrücklichsten Erlebnisse, die wirklich meinen Kopf gesprengt haben und mich haben sterben lassen. Und ich denke, das eindrücklichste war zu sehen, eine Vision, und die habe ich im Herzen, die habe ich im Geist und die werde ich nie mehr vergessen. Dass ich gesehen habe, dass wir alle Menschen erleuchtet werden. Also dass jeder Mensch sich erkennen wird. Und leider habe ich den Zeitfaktor nicht gesehen, weil wenn wir jetzt die Welt anschauen, dann sieht es wirklich noch weit aus. Wer weiss. Aber ich weiss, dass es so ist. Und zwei Sachen. Und ich wurde dort von den Spirits als Schamane initiiert. Das heisst, natürlich war für mich das ein ganz wichtiger Weg zu spüren, dass das ein positiver Weg ist. Und dass ich das schon von der Seele her, diesen Weg schon lange kenne, auch wenn ich hier so als weisser Europäer geboren bin und kulturell theoretisch keinen Zusammenhang da wäre, stimmt das eben nicht. Und das war wohl, das ist wirklich die Kurzfassung. Es waren natürlich ganz starke Initiationen, wo mein Ego in die Knie musste. Aber im Wesentlichen sind das jetzt so die zwei Sachen, wo ich gerade hervorreden möchte. Und einfach das, diesen Punkt zu sehen, dass wir das alle schaffen werden, uns zu erkennen letztendlich. Schöne Geschichte. Und nachher bist du, also das war eben bei so einem Ritual, oder? Wann konntest du darüber erzählen? Ja, ich habe damals dem Schamanen, der dieses Ritual geleitet hat, das erzählt. Und der ist sofort den Tränen ausgebrochen. Der war auch riesig berührt. Und das hat mich dann auch umso mehr noch berührt. Und ich habe gedacht, hey, das ist ein Riesending, was ich da empfangen habe. Und das ist ein Riesending. Wenn wir so eine Vision empfangen, das ist natürlich immer persönlich auch, zu wissen, hey, ich bin in Verbindung oder ich schaffe es immer wieder, mich zu verbinden. Weil ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich bin 24 Stunden verbunden und immer bei mir. Das ist nicht wahr. Es gibt vielleicht ein paar wenige Menschen, die diesen Dauerzustand haben, den habe ich nicht. Aber ich erinnere mich immer wieder. Und diese Vision zu wissen, dass jeder Mensch das in sich hat, und ich keinen Zweifel habe, dass das so ist, macht einen Riesenunterschied in jeder Therapiestunde, in jedem Workshop letztendlich auch. Es kommt halt darauf an, jeder kann dann entscheiden, wie fest er sich mit dem verbinden will. Aber das ist so die Basis. Also ich habe keinen Zweifel, dass jeder Mensch sich entdecken wird in seiner vollen Grösse. Also von dem her ist die Basis schon mal gut. Ja. Du bist nachher mit dieser Vision, mit dem Wissen, was du da gesehen hast, nach Hause gekommen, irgendwann wieder zurück hier. Und dann? Ja, es sind natürlich verschiedene Etappen. Aber schon vorher ging es natürlich auch um Schattenarbeit. Auch, was hindert denn das zu sehen, was wir wirklich sind? Und das ist das, was mich interessiert. Also ich mache wirklich, die Arbeit sieht so aus, oder die Begleitung ist wirklich zu sehen, im Hier und Jetzt, was hindert mich, in meine Kraft zu kommen, anstelle nur zu visualisieren, wie die Kraft aussehen könnte. Aber im konkreten Sinn bin ich zurückgekommen und eine Weile war alles frei. Also ich habe mich einfach frei und verbunden gefühlt in jedem Moment. Das hat ein paar Monate gedauert und dann war das vorüber. Dann habe ich plötzlich gemerkt, dass ich im Kontakt drin wieder Ängste habe, Ablehnung habe und solche Sachen. Und das hat mich dann letztendlich zu traumatherapeutischem Wissen auch gebracht. Ja. Und heute unterscheide ich zwischen dem vertikalen und der horizontalen Ebene. Also das eine ist zu wissen, dass wir göttliche Wesen, also nicht nur zu wissen, kognitiv, wirklich die Erfahrung gemacht zu haben. Und das andere ist, wie zeigt sich das in meinen Beziehungen? Also wie lebe ich das wirklich? Ja, und das ist dann ja fast das grössere Stück Arbeit, würde ich sagen. Und das ist das, wo ich mich auch drin sehe, was ich als Beitrag der Menschheit leisten kann, bei mir selber und bei den anderen Menschen, diese Beziehungsebene wirklich dort genau hinzuschauen. Anders gesagt, dort, wo wir eben unsere Masken zeigen, unsere schönen Seiten. Und ja, da gibt es natürlich tausend und ein Fallen, auch in der Spiritualität, oder? Dass man das dann als Maske braucht oder als Fluchtort, damit wir nicht mit den Menschen und mit dem konkreten Leben tiefer in Verbindung gehen, gehe ich dann nachher immer den Erzengel und weiss nicht was fragen. Ja. Es ist dann halt ein kompensatorisches Verhalten. Also kann sein. So, dass wir hier bleiben. Also verbunden, aber da. Ja, genau. Weil verbunden sind wir eigentlich. Die Frage ist, wie mache ich das jetzt? Wie wehre ich das noch ab? Und was uns eigentlich am meisten traumatisiert hat, sind Menschen. Klar, spirituell kann man sagen, das macht alles Sinn, Teil vom Plan, dass wir uns nicht erinnern, wenn wir kommen. Das muss so sein. Ja. Die wenigsten Menschen erleben bedingungslose Liebe in der Kindheit und wachsen dann total frei von Traumata auf. Also scheint das schon ein Weg zu sein, den wir so abgemacht haben. Sogar sicher. Zugleich ist eben wichtig zu schauen, wo lehne ich mich? Das zeigt sich eben auch in den Beziehungen oder am stärksten in den Beziehungen. Ja. Jetzt sind wir schön ins Gebiet von Trauma, Therapeuten gegangen und da gibt es noch mehr zu erzählen. Das ist etwas, das neuer jetzt ist bei dir? Oder? Ja. Weiß ich nicht. Zack. Eigentlich nicht, aber zugleich habe ich in den letzten dreieinhalb Jahren einfach auch ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen von der wissenschaftlichen Seite gelernt, Worte und Sachen zu verstehen, die vorher ich bei Schamanen gelernt habe oder selber auch entdeckt habe, die zum Beispiel in der Therapie sich gezeigt haben. Und aber es hat mir das geholfen, noch mehr Verständnis zu haben und Worte darauf zu legen, wo helfen, das zu benennen. Ja, bekannt ist jetzt sicher die Reaktion Fight, Flight, Freeze, um jetzt da nicht in jedes Detail zu gehen, aber es geht einfach darum, das Nervensystem zu verstehen und zu verstehen, was im Kontakt unterbewusst in uns passiert. Und für mich war das natürlich nicht Neuland als Hypnose-Therapeut, aber es gibt gewisse Menschen, die in der Trauma-Forschung Sachen herausgefunden haben, die dem Unterbewusstsein klare Orte gegeben haben, auch was im Hirn passiert, im Nervensystem passiert und dass wir eben in gewissen Zuständen gar nicht die Fähigkeit von Kontakt haben. Und wenn wir dann irgendwie eine Therapie machen, dann bringt das gar nichts. Also man muss wirklich verstehen, wie dieses Körper-Geist-System funktioniert. Und ja, mittlerweile habe ich ganz viel Wissen darüber und wende diese in der Therapiesitzung an und habe sehr viel Erfolg dabei. Auch Leute, die young, langjährige Psychotherapie machen, die nicht weiterkommen. Meistens kommen schon innerhalb der ersten oder ersten eins bis drei Sitzungen, passieren dann grosse Schritte, weil ich da das Wissen habe, was dann zu tun ist. Da geht es eigentlich mehr um Wissen, um Fachwerk, kann man sagen. Ja, da passt die Frage dazu, wie geschieht für dich Heilung aus deiner Erfahrung? Das ist ein Riesenwort. Letztendlich in der Tiefe wäre es wirklich, dass wir unsere Seele spüren und unser absolutes Sein wahrnehmen. Das wäre die höchste Form von Heilung. Aber sonst würde ich sagen, traumatherapeutisch gesehen, wenn wir das, was in der Kindheit uns blockiert hat, und das kann man auch sagen, das ist der Schatten, das ist das, was wir heute nie zeigen wollen, wenn wir das erkennen und das in Sprache bringen und merken, dass das heute geht. Also, das heisst, dass wir dem Unterbewusstsein zeigen, dass heute eine neue Situation ist. Wir Menschen sind ja total hypnotisiert von der Vergangenheit und projizieren die Zukunft aufgrund dessen, wie wir die Vergangenheit verdaut haben. Und die meisten Menschen haben die Vergangenheit nicht verdaut. Und wir hängen noch so in einer Schlaufe drin. Und das erzeugt dann letztendlich Stress im Körper. Der denkt, wir sind immer noch in Gefahr, in Lebensgefahr vielleicht sogar. Und das erzeugt dann schwierige Gedanken. Und wir kommen in der Menschheit. Und wenn wir diesen Stress loswerden und erkennen können, dass wir heute in Kooperation unsere höchsten Ziele erreichen können, dann wird sich das alles ablegen. Und deshalb Heilung ist von mir aus geschehen, ein Riesenstück Heilung ist schon, wenn wir diesen Brocken, wo wir seit der Kindheit dran rumbeissen. Und meistens geht es da um die zwei Grundbedürfnisse von Freiheit und von Verbundenheit, wo wir mindestens in einem von diesen Bedürfnissen unterbrochen wurden, nicht gut unterstützt. Und das Kind können wir nur dissoziieren. Im Schamanismus nennt man das Seelenverlust. Und wir dissoziieren von, oder sind dann überschwemmt von den Sachen, aber man muss wie weggehen ein Stück von sich, um die Menschheit auszuhalten. Weil wir noch in einer Menschheit sind, die einfach ist, wie sie ist, aber zumindest unbewusst, nicht durch, wie soll ich sagen, wir werden nicht in einer Menschheit geboren, wo wir uns absolut natürlich entfalten können, sondern wir werden konditioniert. Und das gibt eben kompensatorische Verhalten. Und wenn wir diesen Kern erwischen, was wir am meisten kompensieren, dann löst sich schon ein Riesenbrocken. Und das würde ich schon sagen, dann sind wir schon ziemlich geheilt. Dann ist Heilung passiert. Was war für dich dahingehend, wenn es um Heilung geht, das Eindrücklichste, was du schon erlebt hast? Kannst du das sagen überhaupt? Ja, es gibt wirklich verschiedene Sachen. Das waren auch so Etappen. Das Eindrücklichste war wirklich zu spüren, dass ich ein Teil dieser Natur bin und gewollt bin, weil in meinem kindlichen Dasein und verbunden mit vorderen Leben war da eine starke Idee, dass ich nicht existieren darf. Und das hat mich sicher geprägt, dass mich Mutter Erde mit meinen ganzen Emotionen, also auch mit Hass und Wut, das ist das, was ich am meisten verdrängt hatte, Aggression, einfach liebt. Und mich in den Arm nimmt und sagt, das ist gut, ich bin da für dich, gib mir doch das. Halt das nicht in dir. Ich habe das am meisten gegen mich gerichtet. Und die zweite grosse Etappe dort war, wo ein Mensch, diese ganze Ladung, also ich rede jetzt nicht von Reinschlagen oder Ausagieren, sondern wo ich einfach 100% gespürt habe, dass dieser Mensch völlig okay ist, wenn ich diesen Menschen hasse. Und das war so ein Schock für mein ganzes System, weil ich das ja immer vermeiden wollte und ein besserer Mensch werden wollte. Und der ist doch liebend und so. Und da habe ich mich eigentlich selbst angegriffen. Aber mir fehlte seit der Kindheit diese Erfahrung, dass ich voll meinen Platz einnehmen darf. Und das wäre diese Autonomiebewegung. Und wenn wir in der unterbrochen werden, fühlen wir eigentlich Wut, oder? Wut. Und Wut ist eigentlich gesund. Wenn wir es nicht ausagieren und nicht einagieren. Therapeuten, spirituelle Leute haben meistens eine Tendenz, das einzuagieren. Und ja, sagen wir mal, die obersten in unserer Gesellschaft haben meistens die Tendenz, das auszuagieren. Und wir haben kein gesunden Gleichgewicht mit dieser Energie, die aber mit Abgrenzung und Autonomie ganz wichtig ist. Ja. Genau. Du wolltest es noch etwas sagen. Nein, nein. Das ist gut. Ich glaube, das ... Ja. Beim Zuhören fällt mir auf, bedeutet für dich, ist Heilung und annehmen können und versöhnen, ist das für dich dasselbe? Weil es tönt so ein wenig da. Ja, das Wichtigste ist aber das Problem, bei dem es geht um Vergebung. Ganz, ganz klar. Das Problem ist, wenn wir aber wieder mit dem Verstand vergeben wollen, könnte es sein, dass wir zum Beispiel, wenn wir jetzt das Spektrum von Aggression und Wut nehmen, dass wir immer noch Ablehnung haben mit dieser Kraft. Und dann verarscht man sich auf Deutsch gesagt. Das sehe ich viel bei Vergebungsritualen. Das ist alles schön, aber Vergebung passiert automatisch, wenn wir diese Kraft richtig integriert haben. Und die Idee, jetzt muss ich ein Vergebungsritual machen, kommt meistens aus einer unbewussten Schuld, die wir schon seit der Kinder in uns tragen und wir möchten uns endlich von dieser Schuld befreien und meinen, wenn wir jetzt noch allem vergeben, sind wir schuldfrei. Und dann nährt das nur, dass wir eigentlich wieder zeigen, das ist auch wirklich vom Christentum. Also ich glaube, das ist die extremste Schuldzuweisung, was da die Kirche gemacht hat seit Jahrhunderten. Und dafür, da muss man eher Kontakt mit Wut zuerst haben. Und wenn die wirklich gut integriert ist, kommt das Vergeben automatisch. Ja, das wollte ich jetzt noch sagen, weil das habe ich auch schon erlebt. Ich fand es so, beim Vergeben, dann kommt noch einmal und dann braucht es, wie eine Zusatzschlaufe, dann werde ich wütend. Und dann braucht es das noch einmal, um loszuwerden und sich das auch zugestehen, weil wir dann fast nicht trauen, ja nein, das ist ja dann ungerecht und wir jetzt nochmals wütend werden. Aber das ist so wichtig. Ja, ja. Man braucht es. Und unser Ego will halt absolut nicht dorthin, weil natürlich in der Kindheit keine Ressource dafür war. Deshalb möchten wir nicht so, es geht ja letztendlich um Verletzlichkeit und Nähe zu lassen. Das klingt bei Wut zuerst eigentlich komisch, aber das ist so. Und paradoxerweise mit der Kompensation hindern wir daran, wirklich Nähe zu erfahren. Und das ist das, was wir eigentlich möchten. Nähe erfahren. Und das wäre die Lösung für uns Menschen in meinen Augen. Schön. Ja, so geschieht Heilung. Du hast schon länger etwas angesprochen noch von deinen Reisen. Das interessiert mich auch noch, weil du bietest das Schwimmen mit Delfinen an. Was ist denn das Schönes? Ja, das ist normal. Das ist einfach, ich denke, die Welt hier bietet so viel Schönes an. Und Delfine sind, wir sind auf der Seelenebene ganz nah mit den Menschen. Und es gab Zeiten, wo wir mit den Delfinen direkt in Verbindung waren. Und sie warten regelrecht auf uns, bis wir uns wieder daran erinnern, was wir wirklich für Wesen sind. Die unterstützen uns darin. Und ich bin auch wie durch Zufall auf Delfinschwimmen gekommen, vor über zwölf Jahren. Und klar geht es darum, selber unser seelisches Potenzial zu spüren. Aber ich habe gemerkt, im Begleiten von Gruppen, dass uns eigentlich die Delfine am meisten initiieren, um Heilung in der Gruppe zu erzeugen. Das heisst von Mensch zu Mensch. Oft ist es auch so eine Idee, wir müssen jetzt die Delfine heilen und denen helfen. Und natürlich kann das Einzelmal der Fall sein, weil wir, wie soll ich sagen, mit der Umwelt ganz schlecht umgehen. Aber die sind immer mit ihren Meistern verbunden. Also die müssen wir nicht retten. Es kann sein, dass sie früher von der Erde gehen, wenn wir die Erde total kaputt machen. Aber die werden sowieso mal gehen. Und es würde sich lohnen, uns mehr mit ihnen zu beschäftigen, weil sie haben auch vom Hirn her ein doppelt so grosses limbisches System. Also ihr ganzes Fühlvermögen ist enorm. Und die helfen uns einfach, mit diesem Bereich in Kontakt zu kommen. Und so gibt es kaum Menschen, die mit Delfinen oder Walen in Berührung kommen und davon einfach, wie soll ich sagen, unberührt sind. Also fast alle Menschen, egal ob die mal mit irgendwelchen inneren Sachen bewusst zu tun hatten, sind berührt von diesen Tieren. Ja. Was erwartet jemanden auf so einer Reise? Wie geht das? Transformation. Transformation. Und ganz praktisch? Du fährst mit dem Boot raus? Ja, das kommt von der Familie. Ich bitte das in Ägypten und Mauritius an. Das sind ein bisschen verschiedene Konzepte. In Ägypten sind wir die ganze Zeit auf dem Boot. und gehen an bestimmte Orte, wo keine anderen Menschen sind und warten auf die Delfine und verbinden uns spirituell mit denen und erhoffen, dass sie das physisch dann auch in Resonanz kommen. Und in Mauritius gehen wir mit dem Boot, sind wir auf dem Land und gehen wir täglich raus. Und dort ist die Chance gross, dass wir sie auch täglich sehen und schwimmen dann mit freilebenden Delfinen. Also du gehst ins Meer und schwimmst mit den Tieren? Ja, genau. Und das ist wie bei uns Menschen. Manchmal haben diese Tieren. Deshalb empfehle ich auch jedem, dass er das über, wenn er Delfine schwimmen will, am coolsten ist es, also am schönsten ist es wirklich im Gruppenprozess. Aber wenn nicht, dann unbedingt mindestens drei Tage einplanen, dass, wenn man beim ersten Tag hinkommt und Delfine vorfindet, die keine Lust haben, Menschen zu treffen, dann lässt man die einfach in Ruhe. Das ist das, was leider nicht, bei vielen Anbietern nicht passiert. Und dann wird einfach, ja, auch Grenzen überschritten. Das ist das Traurige daran. Und ich schaue einfach, dass wir da zehn Tage oder in Ägypten sieben Tage zusammen sind und schauen, da gibt es immer Momente, wo die Delfine dann in Kontakt kommen wollen. Aber dass wir das einfach respektieren. Ja. Genau, und dann gehen wir ins Meer und die kommen teilweise ganz, ganz nahe. Die kommen ein bisschen in Kontakt. Manchmal sind sie mehr beschäftigt mit dem Sozialisieren unter sich. Und dann schauen die uns nur kurz an. Wir sind neugierige Wesen. Schauen wir an, sind da. Bist du? Okay, ja gut. Gut, ich gehe weiter. Und dann machen wir sie. Und dann machen wir sie. Ja, cool. Und das Verrückte dabei ist, dass ja jeder Mensch wirklich innerlich fast durchdreht vor Glücksgefühlen. Wenn ein Delfin ihn auswählt, dass er ihn anschaut. Da sieht man, wie wichtig für uns es ist, gesehen zu werden. Ja. Er hat mich ausgewählt. Ja. Und ja, das erinnert mich daran, dass wir einfach vergessen haben, dass wir Auserwählte vom Leben sind. Mhm. Das wäre die Wahrheit. Wir sind auserwählt vom Leben, deshalb sind wir hier, oder? Mhm. Und dieser Kontakt mit den Delfinen kann uns eben ganz nahe mit denen bringen. Mhm. Da höre ich auch Dankbarkeit, glaube ich. Ja, also definitiv ist das ein Riesengeschenk, ich die Möglichkeit habe, dass es unglaublich ist, ja. Diese Tiere zu sehen, an so schöne Orte zu reisen, das ist ein Riesenprivileg. Mhm. Schön. Ja, ich habe mir überlegt, bei deinen Reisen, wenn du da weggehst und wieder kommst, und wo fühlst du dich zu Hause, oder was bedeutet für dich Heimat? Ja, Heimat ist wirklich in uns, also in mir drin, dort, wo ich mich spüre. Das ist ganz klar das Deutlichste. Aber es gibt wirklich so persönliche Präferenzen, und ich fühle mich mehr zu Hause auf Inseln, spannende Weise. Natürlich auf Mauritius, aber es gibt auch andere Orte, wo ich mich wirklich noch besser fühle, als meistens in Europa, ja. Das hat so viel mit verschiedenen zu tun, auch mit dem Energiewechsel in Europa, denke ich, es ist für mich eng hier, ja. Also, weisst du, ich habe, ich kann mich entfalten in gewissen Sachen, aber rein energetisch gesehen ist alles enger hier, und für mein System sind Inseln ganz, ganz wichtig, da, ja. Ja. Und trotzdem bist du die meiste Zeit hier in der Schweiz, glaube ich, ja. Im Moment bin ich noch die meiste Zeit hier. Noch? Aha. Ja, also 19 Monate bin ich hier vom Jahr. Ja. Was gibt es für dich für schöne Kraftorte bei dir, so in der Umgebung, so in der Natur, wo du auftanken kannst? Ja, also ich wohne direkt am See, und dann ist das Gebiet des Chassrals für mich ein Kraftort. Die Pré d'Orvain und Chassrals, dort dieses Gebiet, da gibt es noch einen Berg, da ist der Mont Sujet, das sind so meine Kraftorte. Aber ich liebe auch die Berge, das habe ich besonders auch in der Corona-Zeit ein bisschen mehr erforscht, weil ich da nicht reisen konnte. Das war eigentlich auch ein Geschenk. Also die Berge sind natürlich absolute Meisterenergien. Schon, das kann ich nachvollziehen, das finde ich auch. Das ist so eine Energie und so, das spürt man schon. Absolut. Kraftvoll. Also wenn wir uns einfach bewusst, wenn ich auf den Berg gehe auch, dann frage ich einfach den Berg, ob er mich initiiert in seine Kraft, ob er mich willkommen heisst. Und ich besuche dann auch, oder ich gebe dann auch Energie an diesen Berg. Und das kann man auch nur so ein, zwei Minuten machen. Das muss man nicht eine halbe Stunde darauf benutzen. Und da entsteht einfach anderer Kontakt. ist das etwas, das wir hier total vergessen haben. Für andere Kulturen ist es normal, dass die Berge die Heiligen sind oder die Ahnen repräsentieren und dass da eine Kommunikation stattfindet. Und wir sind eben so in unserem Kopf und abgesparten hier, dass es uns gar nicht in den Sinn kommt. Wir sagen, ja, Berg ist schön. Fertig. Aber wir haben diese Fähigkeiten auch. Und da kann ich jeden ermutigen, am Anfang ist man vielleicht ganz unsicher, habe ich jetzt diesen Kontakt, spüre ich das? Und mit der Zeit entwickelt sich das einfach. Aber das ist in uns. Und die Natur antwortet immer. Das ist wie so ein Stück Schamane im Alltag, oder? Wie können wir das in unser Alltagsleben integrieren, diese Weisheit oder dieses Wissen? Absolut. Also das ist ein Teil davon zu merken, dass wir nicht getrennt sind. Wir leiden ja am meisten unter dem. Wir sind heute praktisch acht, Milliarden Menschen auf Erden und noch nie waren so viele Menschen einsam. Das muss man hinkriegen. Also das ist irgendwie fast eine Leistung, kann man sagen, wie haben wir das hingekriegt? Wie haben wir als Spezies das hingekriegt? Genau. Die gute Nachricht ist, es gibt eben Lösungen daraus. Aber das ist etwas, das wir in der westlichen Welt, wir haben Nahrung, wir haben das bis zum Extremen ausgebaut und wären eigentlich sicher. Und es scheint, dass wir vergessen haben, dass wir uns jetzt um unsere Beziehung kümmern sollten. Und wir schauen wieder draussen, dass da wird irgendeine Lösung draussen, aber es geht ganz um das Nächstliegende. Und dann haben wir in meinen Augen Lösungen für konkrete Lösungen für unser Zusammenleben. Und das würde alles verändern. Es ist nicht mehr jede für sich oder jeder hat Angst, ein bisschen vom Kuchen zu erhalten. Von dem müssen wir loskommen. Jetzt gehen wir halt direkt in eine Wand rein. Du hast die Berge angesprochen, wie du da, du machst es wirklich, in Gedanken, dass du sprichst. Ja. Mit der Natur, auch wenn du unterwegs bist. Ja, manchmal vergesse ich es auch. Weisst du es nicht so? Ich bin auch ein Westler, der auch immer wieder im Kopf sich verliert. Aber wenn ich in die Berge gehe, das ist ja auch ein bisschen spezieller, dann mache ich das immer. Und beim See mache ich es auch nicht immer. Aber doch relativ regelmässig. So können wir ein Kind in Kommunikation sein mit der Natur, mit den anderen Lebewesen, auch mit den anderen Menschen. Ja. Wie ist das wohl im Zug? Da sind ja so viele Leute miteinander unterwegs, sprechen kaum miteinander. Kann ich jetzt mit denen in Kontakt treten? Ja. Versuchen? Kannst du machen. Ja, ich glaube, da darf man noch unterscheiden. Als Menschen geht es in meinen Augen nicht darum, dass wir jetzt überall mit jedem Menschen herzoffen begegnen können. Und immer. Das wäre ein grosser Druck. Wir brauchen noch ein bisschen Schutz. Wir sind vielleicht... Die Welt könnte mal dort sein. Aber gehen wir von dort aus, wo wir jetzt sind. Und das heisst, wenn wir mit einem Menschen schon einen nahen Kontakt haben können und diesen vertiefen können, dann können wir schon in eine tiefe innere Sicherheit kommen. Und im Zug, was viele Menschenmengen hat, kommt es halt immer darauf an, was wir alles erlebt haben, ob wir uns sicher fühlen oder nicht. Und natürlich macht es Sinn, dass wir da mit Menschen auch ein bisschen in Kontakt kommen und sprechen. Ja. Aber man muss immer schauen, ob man sich überfordert oder nicht. Hast du ein Lieblingsritual? Trommeln. Trommeln. Ja. Ganz klar. Ja, einfach Trommeln. Augen schießen, Trommeln, Geister reinladen. Ja. Ja. Und etwas lässt mich auch nicht mehr los. Ich habe am Anfang gesagt, wegen den Krafttieren und die Maus. Und was hat jetzt zum Beispiel diese Maus als Helfer-Tier für Eigenschaften oder Funktionen? Ja, das ist etwas ganz Wichtiges. Da gebe ich immer den Ball zuerst mal zurück. Das ist ganz individuell. Also man müsste, oder ich frage, was du jetzt möchtest, aber wenn du da tiefer gehen möchtest, wäre es gut zu wissen, was du mit der Maus in Verbindung bringst. Ja, spannend. Und dann kannst du sagen, was du alles siehst und spürst mit der Maus und dann hast du schon die wichtigsten Antworten und dann kann ich noch sagen, was ich mit der Maus sehe. Ja. Ist das auch etwas, dass man bei dir in der Einzelsitzung, dass du das so machst, oder? Kann ich mir vorstellen. Ja, in der Einzelsitzung mache ich das ganz selten, außer jemand möchte unbedingt ein Krafttier haben. Aber es geht im Wesentlichen schon darum, dass wir lernen, selber mit der Symbolik, die unser Unterbewusstsein und Überbewusstsein gibt, dass wir selber lernen, mit dem zu kommunizieren. Weil die Maus, die du siehst und die ich sehe, sind in meiner Reise, wenn ich jetzt deine Reise für mich machen würde und eine Maus sehe, kann ich das nicht über deine Maus stellen. Natürlich gibt es eine Maus-Kollektiv-Message, aber es ist wirklich auch individuell. Absolut, also vor allem in den schamanischen Experiences nenne ich das, ich kann sagen, schamanischen Ausbildungen, geht es natürlich darum, ganz spezifisch die eigene Medizin kennenzulernen und selber lernen, auf das zu hören und nicht direkt im Buch nachzulesen, was hat jetzt der Bär oder so zu tun. Das kann man nachher immer noch machen, aber ja. ist natürlich eine sehr, also für mich schöne Herangehensweise, dass nicht der Schamane kommt und jetzt mir sagt, ja, du hast dieses Kraft, das bedeutet das und das, sondern was bedeutet es für dich? Das gibt Raum für mich und für mein Erleben und macht mich auch, nimmt mich in die Verantwortung und stärkt auch das Selbstvertrauen, denke ich, weil man sich die Antworten selber geben kann. Ja, ja, finde ich absolut schön, dass du das sagst. Ich kann mir auch kaum vorstellen, weil natürlich können wir ein bisschen Selbstvertrauen haben, wenn jemand schöne Talente in uns sieht, aber das wirkt meistens nicht so lange. Wahres Selbstvertrauen ist eben, wenn wir unserem Selbst vertrauen. Wie das Wort schon sagt. Wie das Wort eigentlich schon sagt. Wie das Wort schon sagt. Zum Abrunden. Wir haben vom Trauma, Therapie gesprochen, vom Schamanen, Schamanismus, dieses schöne Bild, das du mitgenommen hast auf deiner Reise, dieses innere Bild, das stimmt so zuversichtlich auch, finde ich, wenn ich zuhöre. Gibt es eine Botschaft, die du noch sagen möchtest zum Schluss, was dir ganz wichtig ist? Ja, also sicher ist es wichtig, dass es lohnt, dass es wirklich sich lohnt zu leben. Aber das ist natürlich ein Wort, das je nachdem, wenn man wirklich nun mal am Überleben ist, schwierig ist. Aber das ist wirklich wichtig, uns bewusst zu werden. Ich lebe jetzt. In dem Moment lebe ich. Und wichtig, dass wir den Kontakt stärken können, ist wirklich im Hin und Jetzt zu erzählen, wie wir uns fühlen und vielleicht was wir spüren und was wir denken. Wir haben ja jetzt auch einen Austausch gehabt über meinen Weg und was habe ich schon gesehen und wir haben uns eigentlich das Wesentliche gar nicht mitgeteilt. Nämlich, wie wir uns hier und jetzt miteinander gerade fühlen. und das sind so Sachen, diese Nahrung oder dieser Kontakt ist viel essentieller in unseren nahen Beziehungen. Natürlich nicht unbedingt, wenn man einen Vortrag macht oder so, aber eigentlich darum, wirklich von Mensch zu Mensch Kontakt entsteht, wenn wir mitteilen, was in uns wirklich vorgeht und nicht, was wir möchten. Wenn ich jetzt nur sage, ja, ich war schon so erleuchtet und ich erlebe das, das klingt natürlich immer gut und das ist ja auch wahr, aber die Frage ist, macht mich das spürbar und stimmt das mit dem jetzigen Augenblick wirklich überein, dass das jetzt mein Leben so bestimmt oder wie zeigt es sich gerade jetzt? Also wirklich diese Authentizität und das scheint noch schwierig zu sein für uns und deshalb bin ich ein Fan von Sachen, also in meinen Gruppen oder Begleitungen ist es wirklich schon mal, dem Mensch zu lernen, das haben wir auch, das scheint ja auch so komisch zu sein, dass wir einen Körper haben, dass wir Emotionen haben und dass wir Gedanken haben und für viele Menschen ist das schon so komisch, oder? Und das ist noch verrückt, dort sind wir, also so abgespalten, dass wir das nicht mehr mitkriegen, ja. Und der jetzige Moment ist alles, was wir haben, das Connect Card Tolle, ist mir eingefallen, aber ich kann dich ja jetzt fragen, wie fühlst du dich denn? Ja, ich fühle Freude, noch ein bisschen Aufgeregtheit und das ist so ein Gedanke, okay, ich hoffe, dass das wirklich auch in der Tiefe ankommt, dass wir da zusammen gesprochen haben und ja, und wie geht es dir? Ja, genau, ich habe mir das auch überlegt, in dem Moment, wo du das gesagt hast und dann, ich weiss, dass ich, es gibt Momente, wenn ich ein Interview führe, dann bin ich gar nicht so recht bei mir, dann bin ich in den Gedanken und schon so und wie weiter und dann gibt es Momente, wo ich denke, jetzt ist wirklich eine Verbindung da. Ja, so, also, und wie fühle ich mich gerade? Ja, erfreut, dankbar, beglückt auch, so, habe auch gelernt, ja, so. Ja, das ist wunderbar. Voller Freude jetzt gerade. Das ist eine schöne Frage. Die ist cool. Wenn du jemanden gerade fragst, wo auch immer du bist, meistens sind wir etwas an der Oberfläche und wenn du jemanden fragst, ja. Sorry, ja, ich wollte sagen, einfach meistens gehen wir in die Gedankenwelt und machen große Erklärungen darum und sagen nicht, ja, ich fühle gerade das, was kommt. Natürlich macht es nicht Sinn, wenn wir jetzt keine nahe Beziehung haben, macht es vielleicht nicht Sinn, zu sagen, ja, ich bin gerade total traurig. Ich finde, es ist auch wichtig, dass wir einen geschützten Rahmen machen zu können. Natürlich kann man das auch versuchen, aber die Chance ist gross, dass der Mensch dann nicht darauf reagiert. Aber im Wesentlichen sehe ich, dass wir Mühe haben, besonders die als negative Emotionen bezeichnete Emotionen eben uns gegenseitig mitzuteilen. Wie zum Beispiel Trauer und Wut. Meistens geht es um diese Kern, Emotionen, die wir mit Bedürfnissen haben, wo wir uns einfach verschweigen oder selber gar nicht mehr merken. Ja. Und wenn wir da, ja, stell dir vor, oder Politiker könnten sagen, ich fühle gerade Unsicherheit, mein Kopf denkt, ich bin ein bisschen verloren und ich möchte mir Nähe haben eigentlich oder so, das wäre ja eine ganz andere Welt. Ja, und ich denke, es ist so viel Unsicherheit. Natürlich. Immer. Das ist die Realität. Ja. Wir sind ganz oft unsicher. Ja. Und wenn wir das sagen können, gibt es schon mehr Kontakt. Und es geht um das. Es geht also nicht darum, dass ich jetzt immer meine Seele spüre. Ich meine, das ist natürlich schön. Aber wenn nicht, haben wir trotzdem Kontakt. Und ich glaube, das ist vielleicht noch eines der wichtigsten Botschaften. wenn man denkt, ja, ich fühle mich jetzt sehr abgespalten, kann das zum Beispiel, kann man das in Kommunikation bringen. Mein Gedanke ist, dass ich total abgespalten bin. Ich fühle Frustration oder so. Und dann entsteht Nähe, wenn jemand dann zulässt. Ja. Und das ist eigentlich schon der Einstieg. Also so einfach könnte es gehen. Das stimmt. Wenn du jemandem sagst, ich fühle mich unsicher, dann sagt jemand, ah, geht es dir auch so? Ja. Und dann steht Nähe, anstelle zu sagen, ja, weisst du, ich habe vor 17 Monaten, habe ich, weiss nicht, war ich im Dschungel und habe das, also nichts gegen das, kann man auch mal sagen. Aber weisst, das ist, ja. Das ist dann über Tünchen, ja, oft ist es ja auch über Spielen. Aber manchmal merkt man es ja, dass es über Spielen ist. Ja, aber wenn wir natürlich so durch den Alltag gehen und das das meiste von unserem Tag bestimmt, dann sind wir einfach getrennt. Das ist das Schlimme. Ja. Da können wir uns mehr ans Kind sein erinnern, die das ganz, als wir noch klein, ganz klein waren, haben wir das Cash mitgeteilt. Ja. Also wir können lernen von den Kindern, wie immer. Das wissen wir ja auch, dass wir das können. Ja. Grund? Ja, absolut. Ich freue mich, auch eben an die Menschen, die zuhören, die in Kontakt treten möchten, haben ja die Infos. Und auch noch ein Online-Kurs, der hier über die Quelle laufen wird. wird der dann auch noch gezeigt wird, wo noch das da ist und raus. Ja, unbedingt. Das wollte ich auch noch sagen. Ich sage danke. Ich sage es auch noch einmal. Also, ihr habt jetzt Sherom erlebt, das Gespräch mit Sherom und der Online-Kurs wird zu gegebener Zeit veröffentlicht. Natürlich werdet ihr informiert. Schaut auch gerne immer wieder auf unsere Homepage von www.diequelle.ch da, dann verlinken wir natürlich dann auch, wenn das Gespräch veröffentlicht wird, die Homepage von Sherom findet ihr unten im Text, sein Angebot und seine Heilabende in der Quelle unbedingt. Lohnenswert, da auch einmal dabei zu sein. und wenn dir das Gespräch gefallen hat, kann ich ja auch jetzt hier gleich noch sagen, dann gerne einen Daumen hoch. Du kannst unseren Kanal abonnieren, du darfst einen Kommentar schreiben und das freut uns natürlich sehr und ich danke dir ganz herzlich. Ich danke dir auch ganz herzlich. dass du dir Zeit genommen hast. Du bist extra nach Bern gefahren für dieses Gespräch. Vielen Dank. Ich freue mich. Scherom, danke schön. Und ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Quelle TV.